Musik Es ist sehr schwer, sich selbst einzuschätzen. Alle Vorträge sind hier auf sehr hohem Niveau. Na ja, ich bin echt aufgeregt, aber jetzt kommt erst mal noch ein Mittagessen. Musik Je mehr Vorträge kommen, desto nervöser wird man eigentlich. Musik Sie waren recht interessiert. Wir haben schon ein Patent, also so ist es nicht, aber das kann man noch haben. Musik Ich bin auch das einzige Mädchen, das sowas macht. In unserem Projekt geht es darum, die kinetische Energie eines Wassertropfens in elektrischen Strom umzuwandeln. Musik Wir haben getestet, inwieweit die Wolle bei Ölkatastrophen Öl aufnehmen kann. Musik Musik Ich bin im Moment eigentlich nicht so aufgeregt. Ich habe gedacht, es wäre mehr. Musik 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 Ich war ziemlich aufgeregt, aber es ging, ja, ich habe es überlebt. Musik Musik Die Eltern und Lehrer fiebern mit. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Was sind die großen Herausforderungen einer wachsenden Menschheit und es ist schön, dass sich Schüler damit beschäftigen. Wir tun es auch und wir brauchen irgendwann die Schüler als unsere Mitarbeiter. Es sind dieses Mal anspruchsvollere Arbeiten dabei und zwar auch in der Breite anspruchsvoller. Woran das liegt, keine Ahnung. Vielleicht ist der Bekanntheitsgrad des Wettbewerbs so angestiegen, die Lehrer motivieren ihre Schüler besser. Vielleicht haben wir einfach noch bessere Schüler. Das glaube ich, kann ich durchgehend für alle Gewinner sagen, dass man sowohl bei der Präsentation als auch bei den Interviews hinterher den Eindruck hatte, Mensch, die brennen für ihre Sache. Das Thema Wasser stellt uns vor große Fragen. Sie als Finalisten haben Antworten entwickelt. Sie haben auf Hochtouren gefolgt. Musik 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 Ja, den dritten Platz zu erreichen war natürlich toll. Die Planung hier war 1a. Es hat uns sehr gut gefallen. Musik Also ich bin eigentlich total begeistert und freue mich jetzt riesig über den Platz. Und das Wochenende war auch so schön. Musik 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 Das ist irgendwie noch unfassbar eigentlich. Das haben wir noch gar nicht richtig realisiert. Siemens Siemens engagiert sich im Bildungsbereich, ganz besonders im naturwissenschaftlichen Bereich, mehr als so manch anderes Unternehmen. Es geht tatsächlich darum, das Interesse für Naturwissenschaften und Technik zu erhalten, zu wecken und zwar so weit zu erwecken, dass die jungen Leute sich für eine Berufsausbildung in diesem Bereich auch entscheiden. Da sind für interessierte Schüler solche Wettbewerbe mit Sicherheit eine sehr große Motivation. Sie tun vor dem Berufsstand der Lehrer etwas Gutes. Die Ideen sind schon etwas ausgefeilter geworden. Mit anderen Worten, die Schulen schießen sich auf den Wettbewerb ein. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ich hoffe, dass das in dieser Form so weitergeht. Musik 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 Musik